Willkommen zurück zu Bergrettung, einem Szenario von Holocausto Daiko 3. Und so, spontane Idee. Wir machen hier raus jetzt einen Scrush aus diesem Bild. So, das Lift wird gelöscht, haben wir ein bisschen mehr Geld. Wir arbeiten mit Achterbahnen. Das ist ja speziell in der Achterbahnen. Und zwar die hier. Um davon brauchen wir einmal den Lavaabschuss. So. Ähm. 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 Okay, perfekt. Und dann brauchen wir noch einen anderen Ausgang. Den legen wir da hin. Dann lassen wir gerade unten stehen, ein Baum oder so ein Käse. Ja, da unten steht tatsächlich ein Baum oder so ein Käse. Werden hochstellen. Erste Achterbahn. Check. Dann. Eine Strata Achterbahn. Eine Strata Achterbahn. Okay. Let's go. haben wir schon mal die zweite auch da oder warte mal ist über 30 perfekt dann wollen wir noch eine achterbahn und zwar der hammer genau die stellen wir dann hier oben weil halt da irgendwie platz ist so 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 alles ist offen jetzt muss ich bloß noch die nötigen besucher hier in den park reinkriegen hier am ende 600 und dann haben wir eigentlich alles dafür haben wir dann halt auch genug geld und jetzt müssen wir hier nur noch irgendeine attraktionen klatschen toll oder haben wir das haben wir das jetzt auch mal kann ich mache jetzt einfach so auf weil ja ist halt einfach auch da machen wir es mal so ja wohl doch die bilden wir schon aus das macht die sache viel einfacher ja man kann alles verlassen voll idiotat inspekt ja und jetzt heißt es eigentlich nur noch warten die ganzen leuten äh, es fehlen noch ein Luftkinderpult haben wir nicht das können wir auch noch ein Problem machen ähm, nice, soo bei Enterprise führt ein Weg vom Ausgang weg alles klar so, Parkbetrieb, äh, was ist das denn? der ist gut gestiegen na hier Werbekampagne Dauer 6 Wochen Nationale Zeitung und starten so, dann soll's dann eigentlich gleich losgehen und ich hab Hunger Ich weiß nicht, aber 1 2 2 4 3 1 2 2 1 m dort doch ich glaube es könnte sich in dieser Wetterkampagne durchaus ausgehen m rief ja das haben wir und von einer noch keine ahnung wie lange es gedauert hat sparen wir einfach unter nonsens.dat das passt dann schon der geldgrube sie auf jeden fall interessant aus müsste hin und tschau